Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in der Ferne und was wir hier machen, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Heute sind wir im Hause Voice Akustik und schauen uns an, wie die Firma arbeitet, wie die Arbeitsatmosphäre ist und wie der ganze Ablauf überhaupt ist. Viel Spaß dabei. Na, wo sind wir denn hier? Hallöchen. Morgen, grüß dich, mein Lieber. Aus Berlin. Schön, dass du hier bist. Na, immer gerne. Bei euch doch immer. Ja, wir haben ja auch einen kleinen Grund hier mit dem DJ-Meetup, was der Hans-Hermann Dietmar hier gerade bei uns veranstaltet. Ich bin mal gespannt, was das wird heute Abend. Ich bin auch recht gespannt. Was machen wir heute? Warum machen wir dieses Video? Es gab ja schon mal, sag ich mal, ein anderes Video. Ja, du hattest mich angesprochen und zwar ist das erste Video von Fossi. Sebastian Foss ist gerade mal drei Jahre her. Ja. Und du meintest, dass wir mal Zeit für ein kleines Review, einfach mal so Revue passieren lassen, was die letzten drei Jahre hier... Hier kam es ja auch ein bisschen länger schon vor, als eigentlich drei Jahre. Ja, irre. Hätte mir das einer gesagt, dass das jetzt nur drei Jahre passiert ist. Hättest du nicht geglaubt? Ne, also was in dieser Zeit alles passiert ist, das ist echt... Wir waren ja auch schon lange nicht mehr hier und wir kamen auch hier rein, also es ist was anders. Draußen ist eine ganze Menge passiert und wir schauen heute mal ein bisschen an, was sich bei euch verändert hat. Ja, auch alles, wie sich das Business verändert hat. Wir haben jetzt ganz andere Länder, ganz andere Projekte auch und das Klima hat sich verändert, also es ist schon... Wird ganz schön groß, ne? Ja, in den 36 Monaten ist ordentlich was passiert hier. Hast du erwartet? Ne, hätte ich schon nicht gedacht, muss ich sagen. Aber umso mehr... Positiv überrascht. Ja, das glaube ich auch. Ne gut, wo sind wir denn hier überhaupt am Anfang? Also hat sich hier irgendwas geändert oder... Ja, wir haben hier die Arbeitsplätze ein bisschen umstrukturiert. Unser Büro wird auch langsam ein bisschen klein. Hier vorne arbeite ich, da habe ich meinen Arbeitsplatz. Chefplatz hier vorne? Genau, Chefplatz hier vorne. Und hier haben wir Tobias Marder, der ist seit letztes Jahr bei uns im Team. Tobias ist technischer Cut-Konstrukteur und mit dem machen wir jetzt die ganzen schönen Mechaniken und sowas. Ich hatte vorher mit einem Freelancer zusammengearbeitet, der Thomas Richter, der ist auch noch auf Messen immer bei uns mit dem Einsatz. Manch einer kennt ihn von der Project und Sound. Und das war aber irgendwann eine Vollzeitstelle, sodass wir damit eine 40-Stunden-Woche voll machen konnten, weil das immer mehr wurde. Auch die ganzen Renderings und sowas. Man sieht es ja auch auf der Homepage. Genau, man sieht es ja auch auf der Homepage. Wir haben das ganze Zubehör, haben wir jetzt 3D-Renderings, damit Integrator und Architekten und sowas auch sehen, wie sie die lautsprechende Installation verbauen können. Und da ist einfach unheimlich viel zu tun gewesen und Thomas hat irgendwann gesagt, seit ich dich kenne, habe ich kein Leben mehr. Weil wir immer die ganzen Sonntage wirklich, wir haben teilweise halbes Jahr jeden Samstag, Sonntag gesessen, haben Zeichnungen gemacht. Und da haben wir jetzt mit Tobi hier eine Stelle geschaffen und sind da auch sehr glücklich mit ihm, da macht er gute Arbeit. Ja, so ein praktisches Kerl, wir haben uns auch schon kennengelernt auf der Messe und so weiter. Genau, auf der Messe, Project & Sound war er auch dabei und hast ganz genutzt. Ich weiß gar nicht, ob man dich da gesehen hat. Doch, da hast du ihn bestimmt gesehen. Ne, ich meine im Video, ob die Zuschauer ihn schon kennen. Aber ich glaube noch nicht, aber wenn, dann seht ihr jetzt Tobi. Einmal Tobi, Großaufnahme. Genau. Ja, gehen wir ein bisschen weiter durchs Büro. Hier vorne haben wir so ein paar Aleas und Paverso 112 stehen. Ja, die habe ich auch. Genau, die hat der Nico auch. Da sind sehr viele Leute sehr zufrieden mit. Und da können wir mal zeigen, dass wir auch so ein bisschen auf Sonderfarbe eingehen können. Die Aleas mit dem Traumring und hier mit den Design-Elementen. Aus dem ersten Video, was der Vossi damals gemacht hat, ich glaube, da war der Michael Schauer aber auch schon mit drauf. Michael ist unser technischer Redakteur und auch Grafikdesigner, der macht die Homepage, macht die Datenblätter, Preislisten und jetzt aktuell die Bedienungsanleitung. Ich glaube, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ja. André Wartels macht Einkauf bei uns und Produktionsplanung. Hier vorne haben wir Buchhaltung. Die Jennifer besorgt gerade noch ein paar Sachen und die Werbe ist seit letztem Jahr auch bei uns. Cool. Da hat gerade schon viel passiert, ne? Ja. Also letztes Mal schon noch keinen Schreibtisch. Der Lutz. Der Lutz. Und hier vorne unsere kleine E-Werkstatt. Wir haben gerade ein paar HDSP in Stufen fertig gemacht und die Self-Power der Elektronik wird hier montiert, dass die dann drüben sozusagen fertig ist für die Produktion. Das heißt, ihr baut also immer noch alles selber komplett im gleichen Haus? Das wird in-house hier gemacht. Viele denken halt, dass wir die Endstufen irgendwie zukaufen würden oder dann einfach umbranden, dass das irgendwelche OEM-Teile sind. Aber das wird wirklich hier alles zusammengebaut. Und wir haben örtliche Zulieferer. Die Häuser, die kommen aus Bremen und Platinen teilweise aus dem Landkreis hier auch. Und die ganze Kabel-Konfektionierung, also Infra-Kabelung und auch die Fährtenkabel, die wir verkaufen, das wird alles hier konfektioniert. Wir haben hier vorne die Krim-Automaten und hier die ganze Lagerhaltung und sowas. Auch ein bisschen klein hier, aber... Aber Platz ist genutzt. Ja, Platz ist genutzt. Mehr hätte der Lutz da nicht rausholen können. Ich glaube auch. Das stimmt. Ja, hier sind wir jetzt bei uns in der Produktion. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Wir haben ja hinten so eine kleine Demo-Wand aufgebaut. Wir haben ja jeden Donnerstag hier zwischen 14 bis 19 Uhr Demo-Vorführung. Wir haben das an einem Tag gebündelt, um hier die Nachbarn nicht andauernd so zu beschallen mit höheren Pegeln. Hochregale eingezogen und haben auch den Platz hier in der Halle ganz gut ausgenutzt. Wir haben jetzt letztes Jahr im Dezember außenrum noch vier 40 Fuß isolierte Seekontainer aufgestellt, einfach um noch temporär schnell ein bisschen mehr Lagerfläche zu schaffen, weil wir da auf die Anforderungen der hohen Liefermengen, die wir mittlerweile hier durchziehen, reagieren mussten. Kann ich mir vorstellen. Auch bald nochmal was größeres stattfinden. Kommst du überhaupt hinterher mit der Produktion? Ja, ist manchmal schon ziemlich eng hier. Glaube ich auch. Auch unsere Zulieferer sind natürlich auch immer an die Zulieferer gebunden. Die müssen auch mit den höheren Mengen mitkommen und die haben schon ganz gut zu tun mittlerweile. Ja, das glaube ich. Wir haben die Lackierung, hatten wir ja früher in-house hier und wir machen jetzt nur noch die Sonderfarben hier, wenn man irgendeiner mal rot haben möchte oder irgendwas Spezielles und weiß und schwarz haben wir mittlerweile outgesourcet, weil das hier mit unseren Kapazitäten nicht mehr zu bewerkstelligen war. Ist aber auch hier in der Nähe, ist ein Lackierhaus in Bremen. Also Lackierung ist, als Auto, alles Restliche ist wirklich noch bei euch gefertigt. Naja, das wird alles hier gefertigt. Also auch Zusammenbau, Lautsprecher erfolgt hier? Ja, genau. Gutes Stück Made in Germany. Wir können ja mal eben das ein bisschen durchgucken hier. Hier steht jetzt gerade Ware für einen Versand schon bereit. Wir haben hier einige Alea-Subs und CX-N16, die nach Russland gehen. Wir gehen ein paar Paletten in die Schweiz. Also unser Geschäft ist da sehr international geworden. Die letzten 24 oder 36 Monate muss man wirklich sagen. Also ich hätte auch mit so einem Run aus dem Ausland nicht gerechnet. Made in Germany hat halt auch noch immer einen hohen Stellenwert im Ausland. Die Zuverlässigkeit, die Produktqualität, da erzählen wir noch so ein bisschen von. Muss ich sagen, da profitieren wir auch von. Von dem Home-Image von deutschen Gütern. Und geben uns aber auch sehr viel Mühe, was Service angeht auch. Und wir haben unsere Verpackungen komplett überarbeitet. Da hatten wir ja letztes Jahr auch mal so ein bisschen gepostet. Sehen wir auch gleich noch. Sehen wir auch gleich noch. Und da sind wir schon ganz gut auf dem Vormarsch. Also das ist definitiv mehr. Also wir haben von vor drei Jahren, ich würde sagen, unseren Umsatz fast vervier- bis verfünffacht. Also haben jedes Jahr dreistellige oder sehr hohe zweistellige Wachstumsfragen. Das ist aber schon ein sehr starker Wachstum. Also das schaffen wenige. Ne, das schaffen wenige. Das stimmt. Und da muss man natürlich erstmal mit der eigenen Infrastruktur, mit dem Team und mit den Zulieferern auch so hinterherkommen. Da muss ich schon engagieren, glaube ich. Mit den Lagerkapazitäten. Wir haben schon einen sehr hohen Durchlauf hier. Und was wir auch geschafft haben, dass wir uns eine höhere Lagerhaltung mittlerweile leisten können. Dass wir auch die kleinen Systeme mal eben so vom Lager aus liefern können. Nicht schlecht. Man sieht ja auch noch in dem ganz alten Video von Vossi übrigens, wo er praktisch noch Kunden interviewt hat. Das war ein Zwischengang der Halle. Da hat man doch damals noch relativ viel Freifläche im Regal gesehen. Jetzt sehe ich keine mehr. Also es ist hier wirklich... Hier passt keine Palette mehr mit rein. Ne, Palette an Palette, Karton an Karton und Gehäuse an Gehäuse. Das ist ja wirklich close. Also selbst die ganz großen Gehäuse in der Höhe. Also ich glaube da... Unser deutscher Markt ist sehr gut gewachsen. Also wir haben viele Kunden aus dem deutschsprachigen Raum dazu gekriegt. Ist auch sehr schön jedes Jahr so die Entwicklung auf der Messe zu sehen. 2015 waren wir halt das erste Mal als Aussteller auf der ProLight und Sound Messe. Und damals mussten wir noch jedem erklären, wo wir herkommen. Was für ein System wir haben. Hersteller aus Niedersachsen, das und das machen wir. Dafür stehen wir. Das ist unsere Systemphilosophie. So 2016 kannten uns schon einige. Dann kamen auch so die ersten kleinen Rental Companies an und Livebands. Und 2017 war es schon echt viel, viel auch Interesse aus dem Ausland. Die Messe war sehr erfolgreich meinest du? 2017 war wirklich sehr erfolgreich für uns. Und auch viel, viel Presse kam auf uns zu. Wollte Interviews mit uns machen. Hat die ganzen Pressemitteilungen im In- und Ausland veröffentlicht. Und 2018 waren echt amtliche Companies bei uns auf dem Stand, muss ich sagen. Siehe letzte Messe? Also wir werden das schon ganz anders wahrgenommen mittlerweile auch. Also die Ausrichtung jetzt und auch das Image, für was Voice Akustik steht. Unser Service, die Qualität der Produkte und sowas wird jetzt auch von dem ProMarkt so angenommen. Ich finde es sehr beeindruckend, wie viele bei euch an der Tür klopfen, die sogar, sag ich mal, markenfremdes Systeme haben und trotzdem langsam in eure Richtung kommen und sagen, wieso haben wir das, was wir haben? Also das passiert mittlerweile immer öfter und ich kann nur sagen, kommt selber her, macht einen Termin aus, haut es euch mal an. Kann eigentlich jeder, der Interesse hat und dementsprechend das Wichtige ist, gerade da, anhören. Weil bevor ich es nicht gehört habe, könnt ihr gar nicht verstehen, worüber ihr eigentlich gerade reden. Ja und was uns halt auch ganz gut geholfen hat, ist einmal jetzt die Homepage mit den ganzen Visualisierungen, der mechanischen Bauteile, dass die Leute auch verstehen, wie sie die Lautsprecher einsetzen, welchen Benefit das haben. Das ist Tobis Part und Michael publiziert das halt online. Was auch ganz gut war, muss man wirklich sagen, sind auch deine Videos und die Videos von dem Fossi, dass die Leute wirklich gesehen haben mit der Easy-Fly-Mechanik, wie setze ich das Teil ein. Wir haben es seit sechs Jahren vorher auf der Homepage gehabt und erst als das im Video erklärt wurde, dann kam auch mal der Runder danach. Man muss einfach hands-on, das ist das, was Leute sehen möchten mittlerweile. Man muss es wirklich visualisieren dann. Wir haben auch so ein bisschen Marketing-mäßig in der Zeit auch dazugelernt dann. Das glaube ich auch. Das ist ja auch so ein Geben und Nehmen und dementsprechend, das klappt sehr gut. Und bin ich auch echt tot darüber, muss ich sagen. Ja und wie gesagt, was das Auslandsgeschäft angeht, also mittlerweile machen wir mehr Export, als wir in Deutschland verkaufen. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel erstmalige Anlagen auch in der Türkei verkauft, in Griechenland. Wir haben jetzt dieses Jahr einen Partner in Malaysia, kriegen wir gerade dazu. Voice Acoustic Frankreich, wir stellen im November auch auf der GTS-Messe in Paris. Alles aus und es ist schon ganz gut global geworden. Ich merke schon. Südkorea, Russland, China sind unsere größten Exportmärkte. Reto in der Schweiz macht seit Jahren, seit 2008 einen super Job da. Also auch sehr langfristig, dass wir mit dem Partner zusammenarbeiten und nicht irgendwie so Distributionshopping machen. Also schon zu sehen, dass wir mit denen auch da ein Servicekonzept und sowas alles aufbauen und langfristig dann in die Märkte reindringen. Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja und dass das mit dem Export so schnell funktioniert, also hätte ich auch nicht gedacht. Ne. Ich würde schon sagen, ihr wart ja auf vielen Messen. Ich wollte schon sagen, ihr wart ja auf vielen Messen. Ich wollte schon sagen, ihr wart ja auf vielen Messen. Nein, viel Kontaktpflege. Ich war damals, Michael Kinzel war ja hier bei uns auch im Team drin, der jetzt von D&B abgeworben wurde. Was? Ja, ja. Was? Er hat das Team verlassen. Nein! Unglaublich. Ja, nein. Und ich hatte ja mit ihm auch eine Asienreise gemacht, um auch den Markt so ein bisschen zu verstehen. Wir waren in Hongkong, in China, also Shenzhen, Guangzhou, in Singapur ein paar Tage, Abu Dhabi und sowas. Da hängt auch viel von euch, ne? Da hängt jetzt mittlerweile auch viel von uns, gerade auch in Korea. Da haben wir jetzt zig Paletten gerade rüber geschickt. Der Terry, Asina und Lindy machen da einen super Job in Südkorea. Wir haben da auch die Zertifizierung für unsere Elektrotechnik für die Endstufen. Das ist ja auch immer so eine Sache, Elektrotechnik in die Märkte zu bringen, dann auch nicht so ganz einfach. Und hätte ich auch mit nicht so vielen Hürden gerechnet damals, als ich damit angefangen habe. Das glaube ich. Hast du ja auch erzählt, allein schon wegen Brandschutz und da ganz, ganz viele Faktoren, die da rein spielen. Ja, ist schon ganz schwierig, was da alles zugehört hat. Aber die Vertriebe, die sind hoch motiviert, auch in China. Der stellt auf drei Messen aus. Wir waren jetzt Pro-Light & Sound, Guangzhou, die Get-Show, die kommt in September oder Oktober ist noch. In Shanghai eine Show, also schon weltweit. Pro-Light & Sound Moskau, denn jetzt GTS in Paris, Pro-Light & Sound Frankfurt. Wir waren dieses Jahr auch erstmalig auf der Integrated System Europe in Amsterdam auf der ISE-Messe. Wobei ich nicht weiß, ob ich da nächstes Jahr wieder ausstelle. Das Messegelände ist eigentlich zu klein an dieser Stelle, mal ein bisschen kritik da. Was die uns als Hallenfläche verkauft haben, das war eigentlich ein Ausstellungs-Selt. Und wir haben uns da den Arsch abgefroren auf gut Deutsch. Oh du Scheiße, das kann man auch nicht prägen. Also das war nichts. Ist ja auch bitter. Ne, echt interessant. Ich würde mal sagen, wir schauen mal noch ein bisschen weiter. Und ja, bis gleich. In Deutschland werden unsere Systeme überwiegend im mobilen Bereich eingesetzt. Rental-Companies, mobile DJs und Bands. Und im Gegensatz zum Ausland, das ist sehr interessant. Da kommen unsere Systeme fast nur in Festinstallationsmarkt zum Einsatz. Und deswegen haben wir auch unseren Lagerbestand an Weiß erhöht. Also wir haben weiße Lautsprecher, die ganzen kleinen. Alea, L, A-Stick, SCORE, 112er Bass, Modular 10, Pavio Sub 118. Da haben wir mittlerweile schon standardmäßig in Weiß auf Lager. Können bei Bestellungen die Gitter in individuellen Farben noch machen oder verchromen. Und Weiß geht sehr viel weg ins Ausland. Gerade für Hochzeits-DJs, gerade die kleinen Systeme. Ja gut, in Deutschland, das ist eher eine Ausnahme. Die meisten sind dann auch bei Schwarz. Also Weiße ist auch da sehr beliebt, gerade mit den Chromgitern. Aber im Ausland, gerade Korea zum Beispiel, bestellt fast mehr Weiß mittlerweile als Schwarz. Und dementsprechend haben wir da auch reagiert. Und haben auch Weiße Lautsprecher schon direkt ab Lagerlieferbar. Ohne, dass die jetzt Lieferzeiten haben. Wie bei manchen anderen wartet man dann ein Vierteljahr drauf. Und das ist bei uns alles on-Stock, wie man sieht. Ja gut, bei gehobenen Häusern ist das Weiße sowieso sinnvoller. Weil die werden ja auch meistens weiß von daher. Ja, gerade Korea hat viele Kircheninstallationen und sowas. Da laufen zum Beispiel unser Alea 4 unheimlich gut. Als Personal Monitoring auf der Kanzel vom Prediger. Und sehr, sehr schick. Und da gehen die echten hohen Stückzahlen auch. Ja klar, sehr klein. Und jetzt die Score 5 geht auch gerade jetzt. Das ist die erste Charge in Weiß, die wir jetzt machen. Hallo Armin. Der wartet schon ganz lange auf seine weißen Lautsprecher. Also die Score 5, die kriegst du jetzt in Weiß. Ich kenne auch jemanden, der auf seine Score wartet. Das ist der Ausverkauf gerade. Also die nächsten Hunder werden gerade nachproduziert. Die Score, die geht ja richtig durch die Decke. Ja, aber die war so, als wenn er es dann nicht gefragt hat. Ich meine, ich finde es ja heftig. Aber hast du auch nicht mit gerechnet auf jeden Fall, dass das so durch die Decke geht? Nee, hätte ich nicht. Also die scoren eigentlich alle Produkte durch die Bank. Wir haben jetzt wirklich keinen Ladenhüter dabei oder so. Die sind schon alle sehr gefragt. Sehr interessant dieses Jahr auch auf der Messe im Gegensatz zu den letzten Jahren. Da wurden eher so die kleineren Systeme angefragt. So Subsa-10-Systeme, Paveo Sub-112 mit LR-Sticks. Und dieses Jahr waren auch viele Companies dabei, die wirklich Interesse haben am Ikarate 12, am Doppel-18er. CX-N16 ist auch sehr gut angelaufen. Hat ja auch grandiose Testberichte bekommen in der Production Partner mit Anselm Sein-Messungen. Oder auch Tools for Music. Der Artikel ist sehr interessant auf jeden Fall. Mal durchlesen. Tools for Music hat den ja auch getestet auf dem Iron Match Back Festival. Also wir kommen jetzt auch so mit den größeren Sachen nach draußen da. Da gibt es ja auch eine große Rezension, habe ich gesehen, wo Ikarate 12 von euch hängt. 12 die Seite, Doppel-18er Bässe. Und das war so von wegen, wir zeigen mal was unser Array kann. Das war letztes Jahr mal das Ferdinands-Feld-Festival. Das ist hier bei uns in der Nähe. Dann haben wir gesagt, dann stellen wir mal eine Anlage hin. Auch mal für uns so ein bisschen zum Messen und Testen. Und mit 24 Ikarates und 16 Doppel-18er, das hat schon Spaß gemacht. Da geht schon was, glaube ich. Und die Leute sehen halt auch so, dass Voice-Akustik auch groß kann. Durch Fossi sind wir ja so ein bisschen aus der Pro-Audio-Schiene gerutscht in das DJ-Segment. Macht sehr viel Spaß mit den Diss-Jockeys. Und die Qualitätsansprüche werden da auch immer größer, weil die sich einfach auch von ihren Konkurrenten absetzen wollen. Das wollte ich auch erwähnen. Dann hieß es aber so ein bisschen, Voice-Akustik ist ja eine DJ-Marke. Und mit dem Festival oder auch mit anderen Installationsprojekten und sowas haben die Leute gesehen, okay, die kommen ja eigentlich aus dem Pro-Audi-Bereich und wissen genau, was die machen. Also sind ja eigentlich aus dem Rendell-Bereich. Und jetzt halt immer mehr im Festinstallationssegment. Wir haben auch gerade unsere Download-Rubrik auf der Homepage komplett überarbeitet. Wir haben jetzt 2D-Zeichnungen da für Architekten und Systemhäuser. Wir haben 3D-Volumen-Modelle. Wir haben die ganzen Renderings. Wir haben die Ausschreibungstexte. Die GLL-Simulationsfiles und Simulationsdatensätze für Ease und Ulysses. Software. Und da steckt halt auch unheimlich viel Arbeit drin. Das denkt man mal eben so ein paar Downloads da bereitstellen. Aber hinter jedem Datenblatt und hinter jedem Simulationsfile stecken richtig Kosten und Mannstunden. Ja, gerade bei den ganzen Messungen, die GLL-Files und so weiter. Das ist nicht mal eben gemessen. Mit dem Mikrofon ist das ja wirklich aufwendig. Also können uns da jetzt mit den großen Marken auch einreihen, was das angeht. Ja. Sehr übersichtlich. Das ist nicht auch kein großes Problem. Nö, nö, nö. Man hört es hier auch. Wir werden auch immer mehr zu AB-Vergleichen eingeladen. Mit den weltweit etablierten Companies. Und das ist immer ganz lustig. Die belächeln einen jetzt immer so ein bisschen. Who the fuck is Voice Acoustic? Wo kommt ihr denn her? Und wo liegt denn Dörferden? Ja, hatte ich auch die Situation. Das Schmunzeln vergeht hier aber immer nach dem ersten Soundtrack. Und aus den AB-Vergleichen, da gehen wir immer ganz gut hervor. Nachdem ich von dir bekommen habe vor allem. Die sind sehr darauf gemünzt, sage ich mal. Also ich kenne das selber von wegen so. Naja, die sagen immer so von wegen, ich kenne das nicht. Nee, eher nicht. Dann zeigst du es dir und dann kommt auf einmal so. Okay, kommt doch mein Rider rauf. Habe ich schon gehabt mittlerweile. Auch diese Rider-Diskussion, das ist halt so, dass ein Markt irgendwie drauf, die seit 20 Jahren am Markt geht. Das dauert halt eine Weile, bis man da ist. Aber das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie gut kann sich die Company mit ihrem Material verkaufen. Wenn man da mit dem Techniker, mit dem Systemer der Band vorher ein Telefonat führt, dann ist das auch erledigt und dann freuen die sich darauf. Die gucken auf der Homepage, die googeln vielleicht und sehen da gute Rezensionen. Und auch die Testberichte und sowas. Und dann akzeptieren die da auch das Material. Also wir selber, wir kommen ja auch aus der Veranstaltungstechnik. Wir haben ja 2015 haben wir mit unserer Rental Company komplett aufgehört. Und wir hatten da zuletzt 230 Jobs im Jahr. Und auch etliche Rider erfüllt mit unserem Material. Also das war eigentlich kein Problem. Eben, ich wollte gerade sagen, das ist einfach eine Sache, die glaube ich noch so falsch in den Köpfen ist. Einfach mal machen, nachher probieren. Genau, anhören und dann hat sich das erledigt. Und wie gesagt, Abi-Vergleiche. Immer die sofort. Egal mit welchem Material, das ist immer sehr positiv für uns. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Lassen wir uns sehr gerne drauf ein. Auch wer uns hier besucht in Dörfherden, der kann auch gerne sein Material für Abi-Vergleiche hier mitbringen. Und dann können wir das direkt nebeneinander stellen. Das ist immer am besten eigentlich. Ich würde sagen, wo wollen wir hin? Container? Ja, lass uns mal nach draußen gehen. Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich spannend. Gehen wir mal los. Hier haben wir ja gerade eben schon mal am Anfang ab das gesehen. Da bin ich hier lang gelaufen. Wo sind wir denn jetzt? Wir stehen hier jetzt nicht vor einer Werbetafel, sondern das ist ein 40-Fuß-Seekontainer, den wir hier ein bisschen eingekleidet haben, damit da ein bisschen höher ist. Ein bisschen. Ein bisschen Seher. Und von den Dingern haben wir jetzt vier Stück mittlerweile bei uns auf dem Hof, einfach um da temporär noch ein bisschen mehr Lagerfläche zu schaffen. Und was da drin ist, das zeigen wir euch jetzt mal. Da sieht man, es ist nötig. So, jetzt zeige ich euch mal, was hier in den Containern drin lagert bei uns. Mach mal auf das Tor. So, man sieht hier, komm mal eben ruhig mit rein. Hast du auch wieder Platz ausgenutzt, ne? Ja, also die 40-Fuß-Container, die mussten auch sein. Man sieht hier zum Beispiel, drei Container haben wir nur voll mit Verpackungsmaterialien. Wir haben ja letztes Jahr für unser internationales Geschäft mussten wir da wettbewerbsfähig sein, was die Kartonagen angeht. Und ich wollte keinen Kunststoff und keine Flockenschnipsel da drin haben aus Umweltschutzgründen. Und so haben wir dann halt Invest getätigt in Paletten voll von Verpackungen. Und das waren fast 56 Euro Paletten. Du siehst ja bei uns schon, das Lager ist mit Lassis und Lautsprecher im Gehäuse, alles voll. Und das sind isolierte Container, also es tropft hier auch nicht drin. Wir haben in jedem so einen Luftentfeuchter, der aber auch kaum ansprengt hier. Und so konnten wir da temporär noch ein bisschen Lagerfläche schnell rauskitzeln hier bei uns aus dem Grundstück. Aber ich frage mich jetzt, wie macht ihr das ohne Kunststoff? Ich meine, ich muss ja die Box reinpacken, ich muss ja da irgendwie wenigstens reißen. Genau, wir haben aus Kappe gestanzte Formteile da drin. Und dann sind das teilweise auch Sachen, die dann geknickt werden und sowas. Also ist schon ein extrem langer Prozess geworden. Ich habe mir das auch einfach mal vorgestellt. Es hält sehr gut und also unsere Vertriebspartner sind damit begeistert. Also auch Paketversand und sowas geht jetzt damit. Und ich hätte mir das am Anfang einfacher vorgestellt. Also das waren Prozesse, die sich fast drei bis vier Monate hinzogen. Und da ging echt viel Arbeit rein. Und das ist zum Beispiel derselbe Kartonagenhersteller, den König Omaier auch nutzt. Also da haben die auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Fand ich gut, da habe ich angerufen und gefragt, was nutzt ihr? Ist ja sinnvoll, so macht man ja am besten zum Werbung. Aber da sieht man auch mal, was da alles zugehört zum Thema Lautsprecherfertigen. Das ist nicht wirklich nur die reine Lautsprecherentwicklung. Das geht mit den Messungen, mit den Renderings, mit den Zertifikaten, mit der Homepage, mit dem Messer auftreten. Das ist nicht. Auch was wir jetzt immer mehr haben mit dem Exportgeschäft, die ganzen Dokumente für die Länder. Also eigentlich müsste man fast noch einen großen Außenhandelskaufmann hier haben. So, das haben wir uns teilweise alles selber angeeignet. Und dann mit den Verpackungen hier, dann sind das auch mal 56 Paletten auf dem Lieferschein. Da musst du dir wieder überlegen, wo stellst du die hin? Ach mal eben vier Seelcontainer hinstellen aufs Grundstück mit 120 Tonnen Autokran. Den Satz mal eben vier Seelcontainer hier hinstellen. So Einzelfundamente gegossen, hier vorne neu geflastert, dass wir mit der elektrischen Ameise hier auch rankommen können. Diese Mentalität. Also das gehört doch mal so eben alles zu. So, wenn du das wirklich mal siehst, das waren nur 36 Monate, wo das alles so passiert ist jetzt. Mit dem Personal, mit den weltweiten Vertriebsnetzen, mit den ganzen Messungen und Simulationsdatensätzen und Verpackungen und sowas. Also sehr, sehr viel passiert innerhalb von diesen kurzen Wochen eigentlich. Hier steht was. Hier war vor dem letzten Mal noch Freifläche. Aber ich kann mal eben im Kran kommen. Ja, kommen ein paar Paletten und ein paar Seelcontainer. Ja klar, also da muss man ja als Unternehmer reagieren, ne? Wenn der Markt das erfordert, dann muss man, wenn man Attacke machen will, dann muss man da mitgehen, ne? Wahnsinn. Gut, dann setzen wir uns mal ein bisschen in den Garten. Ja, tschüss Toni. Komm, den entfernen wir ein, kein Problem. Der wird jetzt verschifft. Der wird verschifft. Licht brauchst du nicht, ne? Geht auch so. Ja, tschüss. Ja, Freunde, jetzt sitzen wir hier im Voice-Akustik-hauseigenen Garten, kann man sagen, der nicht gerade klein ausfällt. So ein legendärer Grillplatz hier, bei Kunden und Besuchern. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen Zeit verbracht und auch schon ein bisschen was gegessen. Da haben wir zum Frosty gesessen, bis in der späten Abendstunde haben hier noch ein bisschen was gesnackt und so weiter. Das ist an sich ganz schön. Du hast sogar einen neuen Grill jetzt, das klingt auch gut. Ja, wir haben einen schönen Napoleon-Gasgrill. Oh, darf man eine Werbung machen? Ja, der ist auf YouTube, das geht. Wir wollen Napoleon, das ist schon gut. Das ist eigentlich dein Live, alles gut. Ja, genau. Also jetzt haben wir uns mal ein bisschen alles angeschaut und so weiter. Das hat sich eine ganze Menge getan in drei Jahren. Ja, wirklich. Also man hat manchmal gar nicht die Zeit, so im Alltagsgeschäft das alles mal so ein bisschen Revue zu passieren lassen. Und es ist echt erstaunlich, muss ich sagen, dass wir in drei Jahren nach vorne gehen und was sich da so immer getan hat. Also man hat eigentlich kaum Zeit zum Luftholen. Und deswegen kommt einem das so vor, als wäre das schon viel längerer Zeitraum auch. Das finde ich auch ziemlich beeindruckend. Vor allem, ich kam hierhin und dachte mir so, hey, da war Freifläche. Auf jeden Fall ist alles komplett zugestellt, weil ihr gefühlt aus allen Hinten platzt. Gute Teamleistung. Wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und vor allem das Klima finde ich halt immer sehr angenehm. Das ist ja nicht überall der Fall. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin echt gespannt. Also ich meine, in den letzten Jahren hat sich so viel getan. Ich bin froh, dass ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh euch kennengelernt zu haben. Ja, danke Nico. Das war ja auch durch Forced mehr oder weniger, weil ich das gesehen habe und dachte mir so, hey, klingt interessant. Weil ich war auch erst so von wegen, nö, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Du warst ja da sehr L-Akustik fixiert und Duran Audi und sowas. Genau. Duran kennt halt keiner. Ich fand es aber schon ziemlich gut, weil es war halt unbekannt. Ich fand es trotzdem einfach ein nicht schlechtes System und auch L-Akustik, weil es fand ich ziemlich genial. Bis ich erst mal merkte, da geht einiges mehr. Also ich will absolut niemanden schlechtreden. Keinesfalls. Das ist auch sehr amtliches Material, aber trotzdem gibt es Potenzial, die irgendwie viele nicht ausschöpfen, finde ich. Und dadurch habe ich meinen neuen Meister gefunden, kann ich sagen. Danke, danke. Sonst wäre ich nicht selber User. Ich meine, Berlin hängt komplett mit sehr bekannten Marken und eigentlich wäre ich dumm, wenn ich was anderes kaufen würde. Aber ich habe es für mich so entschieden. Aber du hast doch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal und die Nachfrage nach dem Material ist ja jetzt auch da. Auf wen? Ja. Also wir haben seit Jahren arbeiten wir ja schon mit Bestandskunden zusammen. Wir haben eine extrem geringe Kundenfluktuation. Also wer sich einmal für Voice-Apustik entschieden hat, der bleibt bei Voice-Apustik. Und es ist einfach auch schön, so das Wachstum zu sehen, was da mittlerweile für große Betriebe draus geworden sind. Teilweise über 100 Lautsprecher bei uns im Lager haben und da auch hier Großveranstaltungen machen und das gibt da keine Diskussion auch mit den Fremdtechnikern und so. Und das ist eine sehr gute Entwicklung einmal bei uns. Durch die Vermarktung der Produkte auch und durch die Qualität, aber auch bei den Kunden, die einfach über Jahre so betreuen zu dürfen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar über diese Standkundschaft auch. Ja, vor allem dieses Verhältnis. Es ist halt nicht so, dass es ein freundschaftliches Verhältnis ist. Du bist halt so, da fragst du an, drei Monate später eine E-Mail. Ja, kann doch ein bisschen dauern und so. Hier kommst du vorbei, kriegst ein Käffchen, kriegst eine Wurst vom Grill. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Die Nachfrage muss man natürlich im Vertrieb auch erstmal stemmen können. Natürlich. Wir kriegen jetzt noch neuen Kollegen dazu. Wir wollen ja auch so ein bisschen mehr in den Markt der Systemintegration, Festinstallation, Theater, Opernhäuser, Schauspielhäuser und sowas. Sehr gefragt, wirklich sehr gefragt. Und da haben wir auch ein paar sehr gute Produkte und ein paar gute Features für. Demnächst, Dante ist ja auch gerade ein Thema bei uns. Er findet einen Umbruch demnächst statt. Das sind wir auch sehr großer Fan. Und kriegen wir auch einen neuen Kollegen jetzt aus Hannover demnächst, der aus diesem Bereich kommt. Erfahrung mit der Branche hat, da sehr gut vernetzt ist. Und er wird das Team da im Vertrieb auch unterstützen in dieser Richtung. Ja, das ist gut. Also auch zukunftsbewusst merkt man. Man bleibt nicht bei den alten Sachen. Man denkt wirklich voran. Ja, immer so step by step ein bisschen. Ja klar. Das geht alles dazu. Also einmal die Leute. Ja, man darf sich nicht hinfahren. Man darf sich halt nicht übernehmen. Und das ist halt der Fehler, den leider einige machen. Aber das sehe ich auf jeden Fall nicht. Das finde ich ganz gut. Und deswegen bin ich auch immer noch. Ich bin ja auch selber bei uns Acoustic User. Für die, die es sich nicht wissen. Und das hat, wie gesagt, gerade schon erwähnt, auch einen guten Grund. Aus Überzeugung, glaube ich. Puro. Also er wurde nicht bestochen, außer mit Nackensteg und Bratwurst. Okay, kein bisschen. Also ich habe mich selber dazu entschieden, das Zeug zu holen. Selber dazu entschieden, hier hinzufahren. Selber dazu entschieden, dieses Video zu machen. Dementsprechend Hashtag NoAd. Es ist wirklich eine freie Entscheidung. Und das sollte was heißen, denke ich. Ja. An sich hoffe ich. Euch hat das Video gefallen. Es war ein Rundgang, kann man sagen, 2.0. Ja, einmal kurz und knackig. Ja. Ich fand es echt gut. Einmal durch die Hallen hier geschlendert. Das neue Teamgang gelernt. Die Leute, die jetzt aktuell hier sind. Es ist ja auch immer so eine Dynamik drin. So eine Firma verändert sich ja auch immer. Man braucht teilweise ein anderes Anforderungsprofil und so. Hat man ja auch gemerkt. Manche Menschen sind weg. Manche kommen immer dazu. So ein lebendes Gebilde einfach. Genau. Was sich dann mit der Zeit verändert. Und das macht aber einfach Spaß, da so am Großen und Ganzen mit allen dran zu arbeiten. Steht nicht still halt. Ne. Steht nicht still. Steht wirklich nicht still. Es ist hier immer irgendwie ein bisschen Trubel, ein bisschen Bewegung. Es ist wirklich... Mit allen. Ja, wirklich. Egal wohin. Mit den Produkten, mit den Märkten, mit den Teamen, mit den Gebäuden, mit dem Platz. Und das weltweit. Und das halt weltweit. Auch was da im Ausland gerade so passiert. Um und mit Voice Akustik ist schon sehr erstaunlich. Und da bin ich einfach allen Anwendern sehr dankbar für, dass die ihr Vertrauen schenken. Sehe ich genauso nicht. Kundenbetreuer, dann bin ich da auch teilweise am Anfang so ein bisschen immer dagegen. Und auf einmal, als sie dann gemerkt haben, was das Zeug kann, sind sie auf einmal sehr offen und sehr verbunden, dass man es ihnen doch dann gezeigt hat. Ja. Und dementsprechend kann ich nur sagen, überzeugt euch selber, kommt vorbei, macht einen Termin aus. Nochmal alle Links, Social Media zu Voice Akustik und Homepage für die in der Videobeschreibung. Gerne mal auschecken. Und ja. Also wenn ihr mal Zeug in Berlin hören wollt, das kann ich anbieten. Genau. Du hast ja einiges da oder sowas. Genau. Deine Location ergibt oder mal auf einen von deinen Jobs oder so. Genau. Wenn nicht, fragt einfach direkt bei Voice Akustik an. Die vermitteln euch zur jeweiligen Station und so weiter. Das ist alles ziemlich entspannt und funktioniert ohne Probleme. Ja. Feedback gerne in den Kommentaren. Schreibt mal rein, was euch gefallen hat. Mir hat Spaß gemacht. Technische Fragen auch. Ich guck da auch rein bei YouTube und in den Kanien und sowas. Wenn ihr technische Fragen habt oder sowas, die beantworte ich auch ganz gut. Ich hab auch einen Account, hab auch schon mit euch kommentieren sehen. Dementsprechend immer Fragen, es wird beantwortet. Und wir freuen uns auf dich. Ja, machen ja viele auch nicht. Die kümmern sich um die Social Media Sachen eher weniger und sowas. Social Media ist tatsächlich der beste Wertbeträger mittlerweile. Ist einfach so. Ist sehr gut. Und man kann natürlich auch mal ein direktes Feedback aus der Praxis kriegen von den Leuten, was man selber auch in die Produkte mit einfließen lassen kann. Definitiv. Also wir haben da ein sehr offenes Ohr für die Anwender-Kommentare auch. Ja, nicht nur E-Mail. Es geht auch anders. Finde ich echt gut. Nico. Hat mich wieder echt gefreut. Viel Spaß hier für deinen Besuch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Spaß. Viel Spaß habe ich auch schon. Alles gut. Alles gut. Es beginnt auch bald das DJ-Meet-Up. Genau. Werden wir wahrscheinlich auch bald mal gleich was essen und so. Da freue ich mich auch schon drauf. Es geht ja allen auch bald los. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao. Wir sind ja hauptsächlich im Installationsgeschäft tätig. Gut. Jetzt noch mal ein Laut. Hast grad den Rock'n'Roller gemacht oder was? Der ECD ist hier. So tschüss, ich hau ab. Mach's gut. Bis jetzt auf der Costa Concordia. Okay. Was schätzt du für wie lange hat er Luft?